Hallo Leute Herzlich Willkommen wieder bei Nächste Woche Aufnahme von Alters Live 1x3 und wir sind mit dem guten und verrückten Mike LB und mit dem beschissen gekackten Jogi Wir brauchen alle unsere Dosis Heroin Und wir spielen weiter, wo haben wir aufgehört? Wir haben in der letzten Woche nur gefluchtet und ich habe vergessen in der letzten Aufnahme zu starten Wir haben irgendwie das verpeilt Was machst du? Heroin sammeln macht er, was sonst? Oh Wo ist denn hier jetzt? Das Heroin Da steht doch eine Pflanze Oh Hallo, ich kann aber nicht sammeln Warum geht das nicht? Weil du einfach lehmach Ah, mit Windows Tasten Ich sammle nur 3 Loll Alter Ich bin bescheuert Ich bin so bescheuert Jetzt ist ein paar Kiche oben, gell? Loll, ich muss echt dringend was trinken Ich habe nur noch 5 Durst Ich habe 90 Oh Alter Vater ey Das war knapp, Alter Fast wäre ich hier gestorben Warum sagt ihr denn nicht mehr, ich habe Durst? Ey, woher sollen wir das wissen? Da stehe ich da unten in der Linie, Alter Ich hatte echt nur 5 Durst Ja, meine kann ich sehen, aber deine kann ich nicht sehen, okay? Nein, nicht da Sonst hat der Typ ja immer gesagt Ich habe Durst Ich habe Durst Mikey, kannst du kurz kommen? Was ist los, Sabi? Siehst du mich im Heli? Ja Ich stehe Hä? Hä? Und ich wacke rum Wuck, wuck Du sitzt ganz normal so, Kinder Auf nach Artira in die Karre umsteigen Ich habe jetzt Leute, ich habe 5 Oha Das wird schon nicht mehr wegen geringer Menge eingestellt Egal, ich steig jetzt um auf die Karre und dann Lade ich das in die Karre an und dann verticke ich das An Leuten Ja, du bist so ein Drogensichtiger Du bist so ein Drogendrogen Ja Okay So ein Verbrecher Kannst du nur Drogen verkaufen Ist ja geil Warte mal Erstmal Infos Shooter Preise Illegal Wie viel bringt denn gerade ein Heroin? 5400 Guck mal Wenn ich das hier 5.000 verkaufe macht der andere der das hat der auch noch gewinnt Oh oh Hui Da habe ich aber den falschen Knopf gedrückt Ja Du wirst es sehen in den Aufnahmen wie ich fliege Achja bei TheRay die Aufnahme wo wir letztens fast abgeschwitzt sind kommt Ist heute um halb eins gekommen Echt Morgen Hey Morgen kommen viele geile Folgen bei mir Um 20 Uhr Von GTA Die geile tödliche Stellen Ich habe das bearbeitet schneidend alle Folgen Alter Endlich habe ich rausgekollt diese fuck Verdammte Folgen hatte ich auf meinem Rechner seit Gute neun Monate Und jetzt veröffentlich die wo ich auch nicht so gut Deutsch kann Da fahren sie wieder zurück die LKWs Ich sehe die nicht Ist das ein fucking ernst? Yo da sind sie Fünf LKWs Yay Und wir füllen auch zurück Ja da Nö? Wir haben fünf Heroin oder beziehungsweise Mike Sonst auch nichts Was? Äh Mike kannst du fliegen Oh da nimmst du die Heroin Das kann man leider nicht nehmen wenn das unverarbeitet ist Oooooooohh Das tut mir aber nicht leid Ey du bist schnell aus alle KWs Was? Ja ich fliege auch mit 200 Eine Falte Bombe war da Hast du gesehen? Ich fliege Ja ich fliege auch mit 200 kmh hier durch die Gegend 232 Und die fahren ja nur 80 Pfff Pfff Da haben sie Diamanten Verkauft Alter mit so einem Hamlet kriegst du fast eine Million Da kriegst du nur über 900.000 Aber der Hamlet ist nicht so gut gepanzert wie der Tempest Alter ich stehe komplett lange da durch Rechts Links Rechts Links Rechts Ok Ich habe mir gedacht wir machen eine Folge Das war was hat ihr die letzte Woche aufgenommen Was hatten wir letzte Woche haben wir gar nicht aufgenommen Wir haben letzte Woche Dead by Daylight aufgenommen Ja das meine ich Ja aber da ich jetzt wieder Altes Live Folgen brauche weil ich mich langsam keine mehr habe Ah ja du ladest einfach zu viel zu viel diese Altes glaube ich aber noch von letztem Mal noch sehr viel Folgen Ahigキажи Ich auch Außer wir Ah ich bin frei, ich bin endlich schf Juhu ich kann drinnen ja ik wives Ich bin zufrieden Frau ich bin fröh Frau Frau Soにな diegehen Geht mal weg, ich will dir Theroin hier einladen. Okay. Irgendwie voll dumm, ich kann den Kofferraum nicht öffnen, wenn eine Person daneben steht. Warum nicht? Das ist voll sinnlos. Ja, ja, so ist das Spiel. Ich hab euch im Blick. Darbe den Kofferraum auf, ihr könnt wieder herkommen. Fahr mal eine Dreckskarre da weg, Kumpel. Nein, ihr steigt hier mit ein. Warum? Ja, ihr seid meine Bodyguards. Ja, mit zwei Autos am besten. Geh mal. Los. Ja, wenn der... Fahr. Ja, mach doch hier jetzt. So, jetzt fahren wir hier rum und verticken das. Mal sehen, wie wir hier treffen. An fünf Leuten kann ich verkaufen. Okay. Fahr los, fahr los. Wir sind die Checker. Nee, du bist Checker. Wir sind Süchtiger. Wir sind die Up-Checker. Ey, der Drogensüchtige bist du, Sebi. Ich bin der Opa. Ich bin der Betreuer, deswegen fahr ich hinter euch her und passe auf euch auf. Ja, dann wird ihm ja nichts passiert hier im Auto. Hab euch im Blick, Kumpels. Nee, du bist Mörder, Mikey. Alte Mörder, Mikey. Oh, hier wollte ich eigentlich gar nicht rein, aber gut. Da, du schon mal da bist. Boah, woher wäre es? Hier ist der Sackgasse. Achtung, Jogi. Ja, ich... Ich warte hier. Wo fährst du hin? Scheiße, Geld... Ja, die sind Geldautomat. Aber hier ist ja gar keiner. Warum ist hier keiner? Äh... Durch dich um? Da war der Suchtgeldautomat. Was machst du da? Donatsform. Alter, warum eiern die Karren immer so? Wenn man geradeaus fährt, haben die vorne den Linksdreil. Jogi! So fährst du mir in den Kreis. Wo ist denn? Ey, ich bin verletzt. Wer liegt denn da? Ist ja klar, du... Abwärts den Auto kurz und Mikey kaut auf dich und der Herr fliegt auf andere Seite. Hier liegt einer! Hallo, halt, Entschuldigung. Hallo, bist du tot? Hallo, ich hab mal ne Frage. Hallo, ich hab mal ne Frage. Hätten Sie Interesse an medizinisches Heroin? Wär ich jetzt, oder was? Nein, das sind doch zwei Ziele. Okay, das nehm ich mal als Nein. Das kann man auch höflicher sagen. Ey, hier geblieben. Wie viele Medikits habe ich noch? Ah, zwei. Gut, passt noch alles. conjult! Niemand will meinen Heroin kaufen. Das da... Halt! Oh, hier doch, ein Auto. Wer glaubt mir, mein Auto? Was macht der da? Geh doch mal weg, du... Boah, ist der doof. Will ich? Nein! Mein Typ hier! Hey! Jemand hat dein Auto geklaut, Yugi, gell? Ich glaube, das warst du. Nein! Weißt du was? Jemand hat dein Auto geklaut! Ja, warte. Opa, guck mal hier, ich heil dich mal wieder eine Runde. Ich bin doch schon aus 75 Leben. Mehr brauchst du? Sebi! Ich hoffe, mich anzufahren. Sebi, hier am Gateautomat ist Safe Zone. Komm raus da! Juhu! Jetzt weißt du, was mach ich! Sebi, hier ist Safe Zone, hier darfst du mich nicht töten. Nein, aber Mikey, äh, Mewki! So, warte, noch Safe Zone, Safe Zone, Safe Zone, Safe Zone, Safe Zone. Jetzt bin ich meine Safe Zone. Wo ist einer? Jetzt bin ich wieder drinne. Jetzt bin ich raus! Ich werd gerade in Führhaus drinne. Schreibt das der Polizei, Yugi. Ja, wow! Ich hab mir voll in die Hose gemacht jetzt! Richtig übel! Oh man! Ich hab gedacht, er wird explodieren! Oh, hier liegt jemand! Mann, das hat nicht funktioniert, wie ich wollte! Scheiß Spiel! Vielleicht soll er mit ganzer Power auf der Wand fahren. Vielleicht dann wird es passieren. So Sebi, viel Spaß in dem Fahrzeug. Nein. Ich bin nicht im Fahrzeug. Jugi, bist du gestorben? Ich bin gestorben! Bist du das hier, Sebi? Äh, in die Stadt? Nein. Ich bin auf der Straße gestorben. Weil ich... Ach so. Der ist vor die Wand gefahren! Ich hab's gar nicht gesehen. Echt? Ähm. Wollte, glaub ich, mich tönen. Ah, er hat gerade weggespawned. Es gibt keinen Sinn. Mein Auto hat einen Linkstrall! Linkstrall! Alter! Ne, geht gar nicht. Voll lustig, oder? Und dein Auto ist immer noch heil. Boah! Äh, was? Du hast mein Auto zerstört! Du hast mein Auto zerstört! Du hast mich doch gerammt! Du hast mich gerammt! Mann, ey! Soll ich die Bullen rufen? Hier Verkehrsunfall? Die sollen herausfinden, wer wen gerammt hat! Guck mal, wie die Autos stehen! Du bist voll auf meiner Seite! Du bist links gefahren! Guck doch! Du hast mich gerammt! Nein, guck doch! Ich bin hier gefahren und du hast mich gerammt! Ne, du bist mehr auf der Gegenfahrbahn! Du hast mich gerammt! Du bist auf der Gegenfahrbahn! Hallo, Polizei! Ist hier jemand? Hallo? Hallo, Polizei! Warum ist denn dieser Checkpoint hier nicht benutzt? Oh, da hast du mein Auto kaputt gemacht, das kannst du meins auch heil machen! Geht nicht! Ich habe keinen Werkzeugkasten mehr! Mann! So, fertig! Wir hatten jetzt wieder das... Erstmal wieder heilen! Was? Okay. Juhu! Ich habe einen Mitfahrer! Komm, wir fahren eine Rallye! Ja, mach mal! Ich glaube, die machen auf mich Jagd, oder? Juggi, schieß mal das Auto auf! Juggi, schieß mal das Auto auf! Ich muss hier mal kurz was erledigen! Juggi, dreh mal um! Los, fahr Sebi hinterher! Juggi, was machst du? Ich fahr! Juggi! Nein, du fährst nicht! Ich muss drehen! Wo ist Sebi? Weg! Jetzt haben wir ihn verloren, ey! Mäh! Was ist der Sebi jetzt? Warte, ach da hinten! Oh, scheiße! Was? Juggi, wo fährst du denn hin? Sebi hinterher! Ja! Siehst du den nicht? Da ist er doch! Knallen ab, den Sack! Los! Ein plapp! Ehehehe! 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 Juggi, wenn du nicht so eiern würdest! Was? Opa! Deine Skills sind echt mies! Eier doch nicht so rum, Mann! Aaaaaah!! Juggi, Fist! Ihr Sicke! Ihrreci악! Eier, Schération! Mein Blatt! Los, tönt ihn! Hehehehe! рывMit Er ist weggelaufen! Ich wollte nur mein Auto haben! Ja, ich muss ja nur... zur Garage kommen, wa? So, ja, ich bringe meinen Wagen jetzt auch zur Garage. Alter, wer war das? Sebi? Ja! Ich hab ihn umgefahren, yeah! Ich wollte... Ich bin schon, glaube ich, fünfmal geschoben. Er ist nicht so schlimm. Du hast ja nichts dabei. Ich bin in ca. zwei Stunden in der Garage. Was? Weißt du? Weiß ich... Dein Junge hat den Sebi umgefahren. Ja, klar. Der ist mir in die Karre gerannt. Jogi, schieb mal an. Warte, ich muss erst mal drehen. So, ich bringe jetzt mein Auto weg. Nee, du musst mich mal anschieben. Nee, geht jetzt nicht. Ey, bei mir hat's geschehen. Mein Kälper hat mich getötet. Oh. So. So, mach einfach ein bisschen Bock zu spielen. Mhm. Was willst du spielen? Ich hab gesagt, ich hab ein bisschen Bock schon Bock zu spielen. Ach so. Zeig mir, dass Sunny entfernt von uns. Yay! Yo! Was ist? Ich bin jetzt auch raus. Ich muss jetzt weg. Sag mal. Ja, so dann hau rein, Jogi. Tschüss. Also, tschüss. Wahrscheinlich. Ich höre seine Sirene hier bei mir in der Nähe, aber ich seh ihn nicht. Ach, der kommt mit dem Helikopter. Oh, super. Ob der landet bei dir? Ich hoffe nicht auf mich. Blöde, jetzt kann ich... Ich will der Medic ja medizinisches Heroin kaufen. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin echt nicht mehr. Ah. Hey, Sebi, bist du schon respawnt? Nein, jetzt ist es bei mir. Alter, ein Punkt ist ganz woanders. Echt? Was macht der? So, wunderschöne Tag, Herr. Ja, ich bin am lieben. Dankeschön, danke, 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 danke. Nehmen Sie den Typen nicht so ernst. Peter nicht. Der ist selbstmordgefährdet. Auf den müssen Sie aufpassen. Der ist mir einfach vor das Auto gelaufen. Was glaube ich aber? Ich bin nicht. Ja, nimm noch ein bisschen Heroin. Nimm noch, nee, der braucht, dem fehlt nur Heroin. Ja, nimm noch ein bisschen. Nimm noch ein bisschen Heroin. Gott, der geht sich jetzt erst mal was spritzen. Hätten Sie Interesse an medizinisches Heroin? Äh, was hatte ich? Ob Sie Interesse an medizinischem Heroin haben? Das hilft wahres Wunder. Gucken Sie, der Herr ist dabei. Nein, ich habe medizinisches Heroin, was ich Ihnen verkaufen möchte. Gucken Sie, der Herr hier ist jetzt wieder... Ja, das habe ich den Herrn hier gerade gegeben. Gucken Sie, und jetzt ist er wieder wie neu. Guck, jetzt sagt er schon nichts mehr. Hätten Sie Interesse? Das Stück kostet nur 5000 Dollar. Gottchen, ja, so viel Geld habe ich leider nicht im Besitz. Ich wünsche Ihnen noch sehr viel Spaß. Ja, warten Sie. Da hinten ist ein Geldautomat. Vielleicht können Sie ja einen Kredit aufnehmen. Ja, Geldautomat, ich habe leider nicht so viel Geld drauf. Nein, aber Sie können ja einen Kredit aufnehmen. Was könnte ich? Einen Kredit aufnehmen. Einen Kredit aufnehmen. Bei der Bank. Ja, warum denn? Was? Und warum haben Sie keine 5000? Ja, warum haben Sie denn keine 5000 auf Tasche? Ein Kollege von Ihnen sagte, man verdient bei Ihnen so viel, dass Sie sich innerhalb von zwei Tagen einen neuen Helikopter kaufen können. Ah, vielleicht für der da oben, ja. Also hätten Sie jetzt Interesse oder nicht? Das ist wirklich eine Spitzenqualität. Ich habe leider nur noch eins. Dass eine Spitzenqualität ist, ja, okay. Ja, ich habe leider nur noch eins da, sonst hätte ich Ihnen was zum Probieren gegeben. Wie heißen Sie denn? Nein, TLP! Das sage ich Ihnen erst, wenn der Verkauf abgeschlossen ist. Außerdem weiß ich nicht, wie Sie heißen. Ja, wie soll ich Ihnen denn das Geld geben, wenn Sie mir Ihren Namen nicht verraten? Ja, warte, wie heißen Sie denn? Ich heiße Timo. Doktor Timo. So, ich bin der Tom. Sie dürften mich ruhig Tom nennen. Sei mal ruhig da oben. So, also hätten Sie jetzt Interesse. Oh, so, warten Sie. Äh. 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 Moment. Was? Medizinische Mario, äh. Heroin. So, bitteschön. Ist allerdings noch nicht verarbeitet, ne? Ja, so, der Kauf ist aber jetzt nicht mehr rückgängig zu machen, ne? Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Tschüss. So, hab ich das letzte Heroin verkauft. Hast du wirklich verkauft? Ja, für 5000. Ohne Wesen. So, jetzt kann mir niemand mehr nachweisen, dass ich Heroin dabei hatte. Das andere habe ich im Audio gelassen, das ist jetzt weg. So. Gut. 5000 reicher. Juhu. Ha. Letzte Woche hast du auch jemanden verkauft und jetzt hast du den. Ja. Alter, du bist durchgeknallt. Schmerzig. Wir beenden hier die Aufnahmesession. Tschüss. Tschüss.